Ich bin Stefan Mangold und ich möchte euch erzählen, warum ich damals bei der Telestone angefangen habe während meinem Studium und warum es die perfekte Möglichkeit ist, während dem Studium nebenbei Geld zu verdienen. Ich habe in meinem Studium angefangen, um bessere Verdienst- und Jobmöglichkeiten zu haben und habe dann auch schon während dem Studium angefangen, Geld zu verdienen mit unterschiedlichen Ferienjobs, vor allem in Semesterferien. Ich war da in der Fabrik und habe da für Kühlschränke irgendwelche Stangen beklebt. Ich habe LKWs gewaschen und ich habe in einer Currywurstbude gearbeitet und habe Würstchen und Pommes verkauft und habe da hauptsächlich natürlich wegen dem Geld gearbeitet, aber ich wollte eben auch schauen, wo sind meine Stärken und was macht mir Spaß. Allerdings waren all diese Jobs ein nur fürs Geld da und hat mich jetzt dann später auch nicht großartig weitergebracht. Ich habe dann als Werkstudent angefangen, einfach damit ich auch schon ein bisschen arbeitsrelevante Sachen auch arbeiten kann, dass ich dann später im Berufsleben, auf der Jobsuche bessere Chancen habe. Allerdings war ich dann da auch sehr abhängig von der Firma, von der Abteilung, wie die da waren, dass ich überhaupt Arbeit von denen bekommen habe. Ich durfte auch nicht zu viele Stunden arbeiten und ich musste eben auch regelmäßig da sein. Das heißt, wenn ich eben Probleme hatte mit Prüfungen, war das immer eine schwierige Zeit, weil die eigentlich regelmäßig wollten, dass ich dann da bin. Dann musste ich mir das irgendwie anders einteilen. Ich habe mir dann nach einer Alternative gesucht und bin dann auf den Oliver Schirmer gestoßen und auf die Firma Telefon und habe mich dann vom Oliver einarbeiten lassen und hatte dann auch direkt die ersten Erfolge nach kürzer Zeit. Habe meine eigenen Strom- und Gastarife umgestellt und auch die von meinen Eltern. Und konnte da eben schon einiges an Geld sparen und konnte gleichzeitig auch Geld verdienen. Und hatte dann auch die Sicherheit, dass das Ganze funktioniert, weil ich am Anfang etwas unsicher war, weil alles etwas zu schön, um wahr zu sein schien. Aber da hat alles gepasst. Alle Versprechen wurden vom Oliver und von der Telefon bis heute eingehalten. Und ich habe dann einfach gemerkt, welche Vorteile eben die Arbeit dann auch im Vergleich zu anderen mit sich bringt. Ich habe eine komplett freie Zeiteinteilung. Das heißt, wenn Prüfungen sind, kann ich mich da komplett zurücknehmen und pausieren. Wenn jetzt Semesterferien sind und ich eben viel mehr Zeit habe, dann kann ich da viel mehr arbeiten und viel mehr Geld verdienen. Ich bin komplett ortsunabhängig. Ich brauche eigentlich nur meinen Laptop oder das Handy. Kann dann von überall aus auch arbeiten, also selbst im Urlaub. Und ich bin eben mein eigener Chef. Das heißt, keiner kann mir dann irgendwie rumkommandieren oder irgendwie sagen, was ich machen soll und was nicht. Ich habe jetzt auch im Team vom Oliver eine riesige Unterstützung bekommen, weil eben jeder hat so ein bisschen seine Expertise und jeder Erfolg oder Erfolgsrezept wird da geteilt oder auch Videos und Geschichten von den anderen, die da mitarbeiten. Und habe jetzt eben in dem Jahr, in dem ich da jetzt arbeite, eben gemerkt, dass man viele von diesen Soft Skills, die eben in Bewerbungen immer oft verlangt werden, jetzt ganz nebenbei gelernt hat. Und also man lernt eben unheimlich gut, wie man organisiert, wie man präsentiert, auch sich selber, was man dann später in den Bewerbungsgesprächen spätestens braucht oder dann auf der Arbeit. Ich habe viel über Online- und Offline-Marketing gelernt, also auch wie ich mich im Internet vermarkten kann oder auch dann eben bei den Kunden. Und vor allem lernt man eben viel über Mitarbeiterführung. Das heißt, wie kann ich den Leuten was erklären, damit die das gut verstehen, damit die dann auch Erfolge haben. Wie unterstütze ich meine Mitarbeiter oder meine Partner oder Arbeitskollegen? Das heißt, es hat mich sowohl finanziell weitergebracht, als auch persönlich und auch von den Fähigkeiten, die dann auch später jobrelevant sind. Das heißt, wenn du gerade im Studio bist oder auf der Suche nach einem Zusatzverdienst bist oder eben gerade auch Schwierigkeiten hast, vielleicht einen Ferienjob zu finden, gerade in der Corona-Krise, oder du eben gerade in Kurzarbeit bist wegen dieser Krise und dir ein zweites Standbein suchst, weil du nicht so abhängig sein möchtest von nur einem Arbeitgeber, kannst du dich gerne bei Oliver oder bei mir melden. Und wir würden dir dann kostenlos auch zeigen, wie das alles funktioniert und weitere Informationen zukommen lassen.